Einen wunderschönen guten Tag an alles den Ersten und den Ersten da draußen. Willkommen wieder bei Movie Check. In der heutigen Filmkritik gehe ich mal in mich und schaue, was wir so mit dem Film Wir anstellen können, wenn wir Wir im Kino gucken. Denn Wir sind Wir und Wir ist jetzt im Kino. Wir. Wir ist der neue Film von Jordan Pellet, dem Regisseur, der mit Get Out einen meiner absoluten Lieblingshorrorfilme der letzten Jahre produziert hat und auf die große Leimann aber inzwischen natürlich auch ins Heimkino geschmissen hat. Ein grandioser Griff, von dem jetzt auch einige natürlich so angetan waren, dass die entsprechenden Erwartungen für den Film Us bzw. Wir extrem hoch gewesen sind. Inhaltlich geht es in Wir um die Familie Wilson. Dazu gehört einmal die Mama, die Mutter Adelaide Wilson, der Papa Gabe Wilson, Josh, der kleine Sohn und Kitty. Diese Familie Wilson fährt im Urlaub an den Strand von Santa Cruz, weil sie da in der Nähe ein Ferienhaus haben und augenscheinlich hat die Mutter Adelaide damit doch ein Problem, denn in ihrer Kindheit hat sie da doch etwas Jens, Jens Stranges erlebt. Praktisch gesehen hat Adelaide Wilson eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie ist auch überhaupt nicht so motiviert an den Strand von Santa Cruz zurückzukommen und zurückzufahren, da zu chillen, mit ihren Kindern zu spielen, weil sie die ganze Zeit unter Anspannung steht, weil sie halt die Erlebnisse von damals verdrängt hat. Doch diese Erlebnisse langsam aber sicher sich wieder ihren Weg nach oben an die Oberfläche bahnen und und sie plagen. Dann beginnt auch schon der Terror, denn am Abend stehen plötzlich vier Gestalten vor dem Haus der Familie Wilson und Josh bringt es eigentlich dann schon treffend auf den Punkt. Das sind wir. Und damit hat Jordan Pellé wieder eine Story geschaffen, die ihresgleichen sucht. Spannend, abwechslungsreich, gewissermaßen auch über zwei Zeitlinien her gestreckt und spätestens im letzten Drittel des Filmes auch noch so richtig weit sich öffnend, wo der Zuschauer sich im Vorfeld wahrscheinlich niemals auch hätte nur vorstellen können, dass der Film so eine Wendung nimmt. Das ist gut. Die Art und Weise, wie er diese Wendung dann auch dramaturgisch auf die Leinwand bindet, finde ich auch sehr, sehr gelungen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass die Hintergrundgeschichte, die sich dann eröffnet ab dem letzten Drittel des Filmes, so wirklich nur spärlich beleuchtet wird. Das fand ich sehr, sehr schade, weil dadurch auch das ganze Konstrukt, was der Film im Vorfeld aufgebaut hat, wesentlich an Substanz verliert. Und das hatten wir beispielsweise bei Get Out nicht. Da hatten sich die Story-Felden am Ende doch so miteinander verbunden, dass die Story fest war, reißfest. Da passte wirklich nichts mehr zwischen. Die Logik-Filler waren auf jeden Fall meiner Ansicht nach nicht so in dem Maße vorhanden. Natürlich kann man über die Story von Get Out streiten und wenn man es jetzt auf die biologisch-physikalische Realität herunterbricht, ist da sicherlich einiges im Argen. Aber nichtsdestotrotz, der Film hat ja nicht mal den Anspruch gehabt, wirklich in jeder Hinsicht nach auch logisch zu sein. Und das hat natürlich auch wir nicht. Wir hat auch nicht diesen Anspruch. Trotzdem ist das Netz der Story nicht so reißfest wie bei Get Out. Eben, weil diese Hintergrundgeschichte, auf die ja auch in dem letzten Drittel des Filmes dann Bezug genommen wird, einfach überhaupt nicht existent wirklich ist. Da wird ein oder zwei Sätze quasi drüber gesprochen, was quasi im dritten Akt des Filmes passiert, um das zu erklären. Und das war's. Und das war mir doch wesentlich zu wenig, als dass man dann davon sprechen könnte, dass die Story gewissermaßen Substanz hätte. Die hat sie nämlich dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil der Film an sich bis zu diesem Punkt sehr gut funktioniert hat. Ab dem Zeitpunkt, wo die Story nicht mehr so wirklich funktionieren möchte, bleibt aber die schauspielerische Leistung aller Beteiligten durchgehend konstant gut. Allen voran Lupita Nyong'o hat mir in diesem Film wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Für ihre Leistung in 12 Years a Slave hatte sie ja schon einen Oscar erhalten. Und mich würde es, und da schließe ich mich, glaube ich, auch einer breiten Mehrheit an, nicht wundern, wenn sie für ihre Leistung in Wir erneut zumindest nominiert werden würde. Denn das, was sie hier geboten hat, das war sehr, sehr großes Kino und bot auch aufgrund der Tatsache, dass sie ja zwei Charaktere spielt, einmal das böse Ich und das gute Ich, doch auch einen gewissen Abwechslungsreichtum. Und ich bin gespannt, was uns dann nächstes Jahr bei den Oscars erwarten wird. Letzten Endes haben aber alle vom Cast wirklich Großartiges geleistet. Winston Duke als das väterliche Oberhaupt der Familie hat auch seinen Beitrag geleistet. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Die beiden Kids haben auch gut mit der restlichen Familie harmoniert, muss man sagen. Das Einzige, was ich hier halt ein bisschen komisch fand, war, dass das halt so ein bisschen auch wieder so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, weich gespült wurde, aber dass es hier und da tatsächlich doch ein bisschen so auch schon zu forciert auf Gesellschaftskritik getrimmt war, hatte man bei Get Out ja auch. Da ging es um Alltagsrassismus. Hier geht es auch so ein bisschen um Rassismus, aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen eher um, ja, die Stellung der Frau in der Gesellschaft, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und, ähm, dass die Frau hier so krass auch wieder als das Familienoberhaupt inszeniert wird und der Mann quasi, und das finde ich dann irgendwie auch schon wieder witzig, wenn er so ein Muskelprotz ist, der weinende Jammerlappen im Hintergrund ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hat mich diesbezüglich auch ein bisschen an Breaking In erinnert, aber nicht so Hardcore-mäßig, äh, sondern eher so latent an den ein oder anderen Ecken des Filmes. Ähm, nichtsdestotrotz, Lupita Nyong'o großartige Leistung hier in diesem Film vollbracht und das hat mich dann doch, äh, auch überzeugt, diesem Film eben diesen kleinen Ausrutschern mit der Story am Ende doch zu verzeihen. Jetzt bin ich aber immer noch die Wertung schuldig geblieben. In der Filmwertung vergebe ich 3,5 von 5 möglichen Punkten und in der Genrewertung vergebe ich 4 von 5 möglichen Punkten, also insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten. Und das ist eine Wertung, die ist meiner Ansicht nach sehr, sehr fair. Wie bewertet ihr den Film? Schreibt mir das gleich mal in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.